Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lessons at Home. Heute gibt es mal wieder zehn häufige Rechtschreibfehler, ganz einfach, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Irgendwann bald wird auch mal wieder Herr Sommer übernehmen, aber es wird vielleicht noch ein, zwei Wochen dauern. Schauen wir mal. Vielleicht lernt ihr ja heute schon mal was. Bleibt dran, los geht's. Und wie ihr es schon kennt, mein berühmter weißer Hintergrund. Und wir machen einen Strich durch die Mitte. Zack. Jetzt können wir nämlich auf die eine Seite schreiben, wie es richtig ist, beziehungsweise umgekehrt. Wir schreiben nach links, wie es falsch ist und nach rechts, wie es richtig ist, damit wir einen guten Überblick haben. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Wort. Am besten, das habe ich schon öfter gesehen, dass einige Leute das großschreiben, das wird genauso klein geschrieben, wie alles andere auch. Am dicksten, am dünnsten, am schlauesten, am schönsten. Das wird alles klein geschrieben. Merken. Das zweite ist dementsprechend. Dementsprechend ist ein einziges Wort und dementsprechend müsst ihr das auch zusammenschreiben. Fehler Nummer drei. Im Folgenden oder im Einzelnen oder im Weiteren. Solche Begriffe sind nominalisiert, weil davor das Wort im steht und im besteht aus in dem. Dem ist ein Artikel, also wird folgende nominalisiert und deswegen großgeschrieben. Fehler Nummer vier. Immer noch. Immer noch besteht aus zwei Wörtern. Immer und noch. Fehler Nummer fünf ist jetzt nur ein Beispiel, wie man dieses Wort falsch schreiben kann. Ich habe das schon in ganz vielen Varianten gesehen, nämlich das Wort Ressource. Ressource wird genau so geschrieben, prägt es euch ein und nicht anders. Das nächste Wort, spazieren. Das kommt nicht vom Spatzen, sondern das ist ein Verb, das nichts mit Vögeln zu tun hat. Deswegen bitte nur mit Z schreiben, ohne T. Das nächste Wort, der Standard. Der Standard ist nicht die Standart, also die Art, wie man steht, und deswegen mit zwei D schreiben und ohne T. Wie viel wird sehr gerne zusammengeschrieben in einer Frage? Wie viel kostet das? Oder was auch immer. Dann schreibt man das sehr gerne zusammen. Das sind zwei Wörter, genauso wie wenig. Oder irgendwas anderes. Wir sind auch schon beim nächsten Wort. Ähnlich wie das sehr bekannte Nämlich, das immer mit H geschrieben wird, geht es hier um Ziemlich. Und Ziemlich wird ebenfalls ohne H geschrieben. Und passend dazu, dass dies jetzt der letzte Fehler ist, nehmen wir jetzt mal zu Ende, denn das Video ist ja auch gleich zu Ende. Zu Ende besteht aus zwei Wörtern, also Ende groß geschrieben, das Ende. Merken. Ja, und damit würde ich sagen, ist dieses Video auch schon zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr was gelernt habt, freut mich das natürlich. Dann lasst gerne einen Like da. Abonnieren könnt ihr hier auch gleich. Und dann freue ich mich. Bis euch. Tschüss.